Liegen kleine Päckchen, nicht zum Öffnen, Farben, Gold, Schwarz, Weiß, Leuchtrot, Material, Leinen, Plexiglas. Dazwischen liegen Texte auf Plexiglas, ich habe sie auch auf Plexiglas, das sind Texte, gedruckt und Fotos meiner geöffneten Hand. Dahinter stelle ich mir eine Lichtprojektion in Farbe vor, sehr groß, von einem der kleinen Päckchen. Vielleicht auch noch Sound, Text oder Ton, die Gaben der Göttin. Wir haben diese Päckchen vor langer Zeit von der Göttin bekommen. Die Rückkehr der Göttin ist unaufhaltsam und ist doch Utopie. Wie seltsam, die Öffnung unserer Realität wird symbolisch gekoppelt mit den ungeöffneten Päckchen. Das schwarze Feld der Nacht, ein Vogel legt ein silbernes Ei, Eros wird geboren und lebt fortan in aller Intensität des Materiellen. Des Materiellen, ja. Ein paar Punkte. Überall, wo Intensität aus Materialität ausfließt. Ich umarme dich, deine Linda. Da haben Sie jetzt das Original, warum ich das gemacht habe, den Inhalt. Und das habe ich eben absichtlich fotografiert, damit ich auch das Medium wieder, das liegt auf einem Tuch auch, und damit ich das aus dem Medium da heraustrage, in ein anderes Medium. Und das interessiert mich. Und das kann man dann, hier liegt das jetzt anders, weil ich mache ja jede Installation nach der Vitrine, da hat mir nichts anderes rüber, und da ist in der anderen Vitrine so gelegen und da liegt es jetzt davor. Und das ist mein kreativer Akt, auch bei so einer Vitrine aufbauen. Und das ist... Und das ist...